Den Blog Dress Like Machines mache ich jetzt seit ungefähr sieben Jahren. Am Anfang habe ich nur über Musik geschrieben, das war mir aber schnell zu langweilig. Irgendwann habe ich dann halt alle Themen aufgegriffen, auf die ich Bock hatte. Dress Like Machines unterscheidet von anderen Blogs, dass ich halt täglich Content habe. Natürlich ist der Job als Blogger dann auch immer mal stressig und als Ausgleich dazu versuche ich halt irgendwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben und dieser Plan geht bisher auch super auf. Mich hat aktuell ein Thema sehr interessiert und das ist halt Chess Boxing. Also Schachboxen ist die Kombination aus Denksport Nummer eins und Kampfsport Nummer eins und stellt die totale Herausforderung für Körper und Geister an. So, das ist deine Basisbeteiligung, ab in den Ring. Okay. Die Kombination von Schach und Boxen in einer Sportart ist für mich auf jeden Fall genauso außergewöhnlich wie interessant und deswegen wollte ich mir das einfach mal anschauen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. есть 현 slab incorwire.